Sorry, gerade erst gesehen. Ich hoffe, das ist nicht allzu lange dort. Verschüttelter Kaffee. Finn ist wahrscheinlich zurück in seiner Seite. Ich weiß, dass Finn gefunden hat. Hey, du hast es! Kudos! Max! Sorry, dass du dich erschreckt hast. Das war gut, zu finden es so schnell. Oh, genau. Ja, ich bin so ein Idiot. ich bin fast mit dem nicht wegen dem train Wegen dem Kuhschädel. Wegen dem Kuhschädel in two lock car, I mean things are huge. I guess. Why you asking about this? Safi's a big girl, let her deal with her own shit. Did something happen to your phone while it was lost? Huh? Oh, no, it's fine, I just can't get it unlocked. Fuck, it's gonna lock if I get it wrong again. Du erinnerst dich nicht an deine PIN? Wait. You can't remember your own code? I am like... extremely hungover. You're lucky I can remember who you are. You seemed fine out on the quad. I set the code to the year some old fucking magician scientist died. Slip my mind. Magician scientist? Abraxas shit. I must have thought it was cool at the time. Can you just... I don't know. I'm not at my best right now. Sure. Vin is definitely hiding something. Getting into that cell phone is my best shot at finding out what. Too hungover to remember a passcode? Jeez. Good thing I know another Vin. Hey, uh... Vin. Can I ask for something kinda weird? Uh... I don't do foot stuff. Damn. Well... There goes my Friday night. Finn does owe me a favor. I have a question. Do you know anything about a... dead magician scientist? Jack Parsons? Occultist rocket scientist? Oh. Maybe. What about him? Nothing really. I just... They killed him, you know? Just like JFK. Oh. What, um... Year did that happen? Hey. Any more questions and I'll have to charge you. Ugh. Great. Of course. Hmm. Jack Parsons. Surely this place is a book on him somewhere. Surely this place is a book on him somewhere. Hmm. Hmm. Bestimmt hier eine Praxis. Aber... Ich würde mal sagen... Wir heben unsere... Quittung auf. Geschichte des Okkultismus. Pretty sure, Myvin said Jack Parsons was an Occultist. So, history of the occult seems like a pretty safe bet. Here we go. The moon? Dr. Parsons was found dead in the destroyed remains of his personal laboratory in 1952. Thanks, Mr. Parsons. Sorry about you getting blown up and all. Well. Totally sorry. So, dann... Ab in die lebendige Welt. So. Dann einmal... Schnüffeln. Handy entsperren. Ich hoffe, das ist der richtige Code. Ah. Success. I'm sorry, Vin. I know, das ist ein brutal Missuse of powers, but... I need to know, if you had anything... Also wirklich Schnüfflerin Max. Foodpics. 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 Mirrorselfie. 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 Shirtless mirrorselfie. Sophie. 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 There's a lot of Sophie in here. I didn't get the impression they were close. Oh my god. Wow. That is really close. Cool. Who even were you, Sophie? Hmm. Is Sophie nicht die, für die wir sie halten? Hmm. 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 I really thought I could help. Poke around a little. Figure out who has it help for Safi. Bada bing, bada boom. Case solved, right? Why else would my powers come back? Stupid. Now I have more impossible questions than I had to begin with. Lucas filing a restraining order? Vin and Safi sleeping together? Gwyn killing Safi's book deal? I have no idea what any of it means. And the worst part is, I can't even talk to you about any of it. I won't be able to save you. Again. Whatever I do, it's going to turn out worse than I could even imagine. Get the fuck off me! I can't breathe! Everyone stay back. Give him some space. He's having a panic attack or something. I'm not fucking crazy. I know what I saw up there. He's having a panic attack or something. I'm not fucking crazy. I know what I saw up there. I know what I saw up there. Let's give him some space. Can you run and get him some water? You okay, Reggie? Am I okay? Fuck. After what I just saw up there. Reggie, up where? The fucking overlook. Look, yes, I know. I shouldn't have been up there. I'm a fucking idiot. Ich bin ich, Sawa. It's okay. I'm not mad. I just want to know what you were doing up there. Remember in your seminar? You said we should take photos of things that scare us? Well, A-plus for following directions, then. Now, you want to tell me what you saw? I saw myself. Another me. Walking around, working on the puzzle box, the one that I gave you earlier. What did this other you want? I wasn't going to fucking talk to him. I fucking ran, Max. What did you tell anyone what you saw? Or did you tell me? Loretta. Thank you. Can you take Reggie to the infirmary? Sure thing, Miss Caulfield. I'll see you later, yeah? Just make sure he's all right. Thanks, Max. Okay, das Observatorium ist ein bisschen unheimlich. Ich kann das machen. Er wird nicht nur mich gehen lassen, ist er? Nope. Ui. Neuer Tagebucheintrag. Uh, selbst dafür bin mir informiert. Ich verstehe, dass viele von euch aufgrund der Ereignisse am Aussichtspunkt neugierig sind und ich versichere euch, dass diese Neugier mobile ist. Ich bitte euch, dringend die Gegende weitläufig zu umgehen, während die Ermittlung stattfindet, wenn nicht um meinetwillen, dann für meine Tochter. Ich gebe es an den Rest der Wissenschaftsabteilung weiter, Dr. Fayet. Falls Moses es nicht schon getan hat. Danke sehr, Carla. Das müssen sie uns nicht zweimal sagen. Wir haben in der Gegend nicht mit Cryptid Aktivität festgestellt. Ich weiß nicht, was ein Cryptid sein soll, aber draufsden. Danke. Mein kleiner Mann Robby hat es in der Nationalrunde für Debattieren geschafft. Ich liebe dich und bin so stolz auf dich. Danke, Papa. Hoffentlich bist du dafür hier. Du hast oberste Priorität. Ich werde dort sein. Super, Robby. Lucas gibt den Unterricht immer mit dir an. Du schaffst das. Ich war in Prag, Vancouver, Bavaloa, aber die besten Erinnerungen an Schnee stammen aus der Weihnachtszeit mit meiner Familie in Akada Bay. In Akalia Bay. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Ich habe kaum Fotos von Feiertagen von damals. Der Sturm hat mir sie genommen. Ich würde diesen Ort so schnell wie möglich verlassen und jetzt würde ich mir... Und jetzt wünsche ich mir, ich hätte einen Heimatort, an den ich zurückgehen könnte. Die beschissene Ironie entgeht mir nicht. Chloe. Okay. Naja, der Target-Veintrag, ne? 6. Dezember, ich weiß ehrlich nicht, ob ich die richtige Wahl getroffen habe, als ich das Bild von Lucas 1 belegt auf Verfügung gegen Safi gelöscht habe. Wir sind nicht befreundet, aber er ist auch nicht mein Feind. Er kümmert sich eindeutig um seinen Sohn und ist kein Versager, zumindest nicht als Vater. Und ich weiß, Safi würde einem Kind nie wehtun. Das ist etwas, bei dem ich nicht mal ein kleines wenig schieflegen will. Lieber auf Nummer sicher gehen, es geht nur um Safi und Lukas, sondern auch um ein Kind. Doch was, falls Lukas gelogen hat? Den Kopf umgehen. Höchstwahrscheinlich dann mit anderen Zeitlinien, ne? Warte, ich möchte mich erstmal umgucken, ob hier vielleicht noch was ist. Ne, Camper, alright, okay. So, und auch hier gab es wieder was Neues, ne? Okay, zwei Lukas, mir stehen persönliche Prüfungen vor, doch es ist gut zu wissen, dass es noch Leute gibt, die auf meiner Seite sind. Beliebtheit geht Hand in Hand mit Neid. Sie haben selbst gesagt, es ist nun aber nicht ein gutes Unterstützungssystem zu haben. Ich bin froh, dass mir jemand zuhört. Eine Korn ist nicht viel wert, wenn dem Scheißer, der sie trägt, ständig Kram geklaut wird oder win? Ausgedrückt wie jemand, der keinerlei Absicht hat, in naher Zukunft Abraxxus anzuführen oder jemals. Oh nein, was tue ich bloß, wenn ich meine eigene Kämpfe bestreiten muss? Oh verdammt, ärgern Abraxxus? Ist es immer noch ein Subtreat, wenn du die Person im Post benennst? Gute Frage, nächste Frage. So, hier ist nichts. Hm. Ich bin gleich zurück. Oh, shit. Ich habe einige gute Nachrichten. Äh, es ist groß, aber ich... Ich kann dir nicht sagen, ob ich ein Haus mit einem Blinker-Burrito habe. Oh nein. Du hast 24 Stunden bevor der Welt beginnt. Was würdest du tun? Hm. Die Frage, nächste Frage. Hier scheint nichts zu sein. Und auch kein Polaroid-Photo. Hm. Schon wieder ein neuer Post. Halleluja. Es gibt nichts Wichtigeres als für Freunde da zu sein, die eine schwere Zeit durchmachen. Weißt du was, Loretta? Du bist cool. Ich weiß. Ganz genau. Warum schreist du? Sorry, Schatz, deine Mutter hat die Tastatur geschrottet. Hehehehe. Ich nehme die Vergebung der Studentendarlehen selbst in die Hand. Ganz. Falls ihr ein Darlehen aufgenommen habt und Caldian zu besuchen, bekommt ihr Happy Hour Preise von Montag bis Donnerstags. Nur für die nächsten zwei Wochen. Ich schwöre mir nicht im Geld. Ja. Ich wollte noch hinzufügen mit der Ausnahme von Reggie, weil er mir in kaputten Gläsern schuld. Oh. Na gut. Geht auch für dich. Danke. Oh, der arme Reggie. Ich hoffe, ich verpasse Polaroid nicht. Handy ansehen. Ich habe mein Telefon in ein paar Bizarre, aber nicht so Bizarre. Hallo? Hallo? Ist das Safi? Ja, ist das Safi. Ja, ist das Safi. Ich spreche. Shit! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir haben uns erschaffen. Sp stacks Das geht gegen alles, was ich in Horror-Movien gelernt habe, aber ich sollte für mehr weirrste Scheiße schauen. Wenn ich mit dem schlafen werde, werden die Schäden wissen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwie das Bild verpasst habe. Ich hoffe, dass du das Foto gelöscht hast, Max. Man glaubt mir selten, dass ich dabei sei. Das habe ich nicht für dich getan, Lucas, sondern für deinen Sohn. Das ist ehrlich gesagt besser. Er hat das, was passiert ist nicht verdient. Das hat mit auch... Ach ja, Crossdog, ne? So verflucht müde. Du musst dir deine Zeit gut einteilen. Habibti, hol dich aus. Du kannst in meinem Büro eine Kasse machen, falls du eine Auszeit brauchst. Aber kommt und geht, aber nicht deine Gesundheit. Überarbeitet dich nicht. Genau. Jetzt geht's wieder. Hier ist es wieder. Hier ist wieder ein Foto. Hier ist ein Foto. Hm, interessant. Oh Mist, ich würde mich nur umschauen. Oh, komm. Komm mal, die bei Konsequenzen haben. Be faites, die Pindepुelenkks 박ma haben. Scheiße. Eddy gesagt hat der Königskraft ist. Als ich vor malfeis war. Bevor ich rauskam, hatte ich diesen Boss, ein Freethinker, der seine Welt-Viefe von Shouty Youtubers. Yikes! Und eine Ragein-Transfogde-Boot. Die Brainwash und die Kinder. Blah, blah, blah. Und natürlich... Ich bin Angst, wenn ich etwas gesagt habe, wenn ich etwas gesagt habe, würde ich mich herausfinden. Aber... Wenn ich allein war, konnte ich den perfekten Soliloquen, um ihn auszutauschen, um ihn auszutauschen, um ihn zu fühlen, um ihn zu fühlen, wie er mich machte. Ich weiß nicht. Ist das nicht ein spezielles Wort für das? In Französisch, oder? L'Esprit de l'Escalier. Die Wut des Stärkets. Ich nehme es, dass du mitgebracht hast. Oh, ja. Das ist das Max Caulfield's greatest hit. Das Problem ist... Ich habe immer noch nicht gedacht, dass ich etwas sagen kann, um etwas zu sagen. Was sagst du über etwas so? Gwyn, was ist das? Video-Profe. Wahrscheinlich. Von Yasmin oder so. Auf dem Motivation gibt es mein Bestes. Mit mehr als in die Nähe des Stärkets. Oder auf dem Motivation... Das in die Mitte des Stärkets. Das marschend schauzt. Die Stärkers Altersketscher auf dem Motivation ist. Aber das ist die Stärker. es war schmutzig? Du solltest da gegen folgen Nur die Arme Doppelgängeritis Doppelgängeritis Und das Gefühl, dass du nicht zufrieden fühlst Du musst die Githarsis nehmen, wo du es kannst Ja, Zugwenn stehen Dann neu gehen Ja, ich weiß nicht Oh Mann